Das hier vorgestellte Produkt habe ich eigenständig gekauft und bezahlt. Der Inhalt spiegelt uneingeschränkt meine eigene Meinung wider. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor mir liegt der brandneue Telekom Media Receiver 401. Wir nutzen Entertain nun in der dritten Receiver-Generation, also schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, welche Nummer der allererste Receiver getragen hat. Im Moment ist auf jeden Fall der MR400 im Einsatz. Und das noch nicht mal ein Jahr. Jetzt hat die Telekom gerade aktuell vor ein paar Tagen erst den MR401 rausgebracht. Und der hat ein paar Features, wie zum Beispiel die UHD, also Ultra HD Wiedergabe. Die für uns aber noch gar nicht so relevant ist, weil wir noch überhaupt gar keinen 4K TV haben. Das heißt, das volle Potenzial von diesem Receiver können wir noch gar nicht ausschöpfen. Warum ich trotzdem zugeschlagen habe, werde ich euch in diesem Video berichten. Aber wir fangen mal vorne an und packen das gute Stück am besten mal gemeinsam aus. Unter der Kamera ein bisschen schwierig, steht auch sonst nichts drauf. Ich drehe es mal für euch rum, dann gucken wir uns hier nochmal die Rückseite an. Ja, UHD, das ist eines der Kernfeatures von diesem Receiver. Also dieses Teil ist in der Lage, 4K-Signal herauszugeben. Das heißt, ihr könnt in 4K fernsehen. Setzt natürlich voraus, dass ihr auch ein Fernsehgerät habt, was diese 4K-Wiedergabe entsprechend unterstützt. Nun ist es so, dass man unterscheiden muss, ob man 4K im Live-TV sich anschauen möchte, also das ganz normale Fernsehbild, was ausgestrahlt wird, live, oder aber ob man Inhalte in 4K konsumieren möchte, wie zum Beispiel YouTube-Videos, die man über diesen Receiver anschauen kann, oder aber Netflix-Serien oder aber andere Dinge, die man quasi nicht live konsumiert. Das ist insofern sehr, sehr stark unterschiedlich, dass die Internetbandbreite eine ganz große Rolle spielt. Wenn ihr Live-TV in 4K mit diesem Receiver euch anschauen möchtet, dann braucht ihr zum einen einen passenden Tarif dazu, der heißt, glaube ich, Magenta zu Hause L. Und das ist sozusagen die VDSL 100-Leitung. Also ihr braucht eine sehr schnelle Internetleitung, die sicherlich auch in der Form flächendeckend in Deutschland noch gar nicht existiert. Ich habe jetzt das Glück, dass an meinem Standort eine VDSL 100-Leitung verfügbar ist. Ich nutze es auch schon eine ganze Weile, bin damit auch wirklich top zufrieden. Von daher ist 4K Live-TV für mich mit diesem Receiver möglich, wenn ich denn dann irgendwann mal in einen 4K-fähigen Fernsehen investiere. Wenn ihr allerdings YouTube-Videos in 4K euch anschauen möchtet, oder andere 4K-Inhalte über Netflix konsumieren möchtet, dann braucht ihr, so wie ich gelesen habe auf jeden Fall, also nagelt mich nicht drauf fest, dann braucht ihr diese VDSL 100-Leitung nicht zwingend. Dann ist es mit allen anderen Internetbandbreiten, die die Telekom in diesem Entertain-Paket anbietet, offensichtlich möglich. Und der Grund dafür ist der Codec, der verwendet wird. Die Telekom setzt hier auf verschiedene, ich sag mal, Komprimierungsverfahren. Zum einen das klassische H.264. Das ist sozusagen schon ein recht lange in Verwendung Codec. Also den gibt es schon sehr, sehr lange. Recht aktuell nutzen zum Beispiel jetzt auch die neuen Apple iPhones zum Aufzeichnen, beziehungsweise auch die aktuelle GoPro zum Aufzeichnen der Videos, den sogenannten H.265 Codec. Und da ist die Datenmenge bei einer sehr guten Qualität im Vergleich zu dem alten H.264 Codec sehr, sehr viel kleiner. Und das ist einer der Benefits, warum das offensichtlich möglich ist, auch bei etwas langsameren Bandbreiten trotzdem 4K-Inhalte sich anschauen zu können. Okay, jetzt aber genug des Vorgeblänkelts. Wir gehen hier mal direkt ins Unboxing mit rein. Die Telekom bewirbt das Ganze nämlich mit einer überarbeiteten, ökonomischen Fernbedienung. Ja, ich gucke jetzt hier gerade mal rein. Ich habe die Fernbedienung von meinem MF400 jetzt nicht direkt vor mir liegen, aber um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass es jetzt hier einen massiven Unterschied nicht gibt. So, hier seht ihr die Fernbedienung. Das ist das gute Stück. Okay, legen wir erstmal zur Seite und gucken mal, was im Paket sonst noch mit drin ist. Ja, also gibt es einmal in schwarz und einmal in weiß diesen Receiver. Ich habe mich hier für das klassische schwarz entschieden. Mein alter Receiver war auch schwarz. Ja, legen wir auch erstmal zur Seite. Den gucken wir uns gleich im Detail an. Dann eine Bedienungsanleitung ist hier entsprechend mit dabei. Ich stelle jetzt nochmal ein neues Schaf für euch. Und dann, wie gewohnt, beim alten Receiver ein externes Netzteil. Ja, das braucht man natürlich dementsprechend. Dann ein HDMI-Kabel ist dabei. Sehr schön. Ein langes Netzwerkkabel. Steht drauf, wie lange das ist? Ne, steht nicht drauf. Ein Netzwerkkabel und dann das Stromkabel, um das externe Netzteil mit anzuschließen. Und dann noch Batterien für die Fernbedienung. Okay, dann packen wir das mal zur Seite und widmen uns mal dem eigentlichen Star dieses Videos. So, also. Gucken wir mal, was an dem Teil so dran ist. Hier vorne natürlich erstmal eine ordentliche Verpackung beziehungsweise einen Zerkratzschutz einmal ab. Dann haben wir, hier seht ihr es, einen Power-Button. Dann haben wir ein großes Display. Pfeiltaste hoch und runter. Und eine Taste für TV und eine für Musik. So, hier sind Lüftungsschlitze. Ich halte mal hier meine Seriennummer zu. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form von Relevanz ist. Einmal Lüftungsschlitz. Lüftungsschlitz. Und dann auf der Rückseite hier die hauptsächliche Magie. Da hätten wir also einmal einen optischen Audio-Ausgang, vermute ich mal. Einen Coaxial-Audio-Ausgang. Dann haben wir einen HDMI-Ausgang. Also für all diejenigen, die hier ein ganz altes Fernsehgerät haben, das noch mittels SCART angeschlossen ist, die haben hier natürlich schlechte Karten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das hat man heute fast gar nicht mehr. Und gerade in der 4K-Zeit, also die meisten werden diesen Resiver ja aus 4K-Gründen kaufen. Da kommt man mit SCART sowieso nicht mehr weit. Das also hier HDMI. Ja, dann zweimal USB 3.0 ist es hier. Und dann hat man einen LAN-Anschluss. Klar, ich nutze meinen Resiver oder meine Resiver auch schon immer alle über ein LAN-Kabel. Bei mir ist es sogar so, ich habe, weil ich kein direktes Internet-Kabel oder Netzwerkkabel zu dem Resiver legen konnte. Ich nutze die Entertan-Resiver schon seit geraumer Zeit über Devolo Powerline-Adapter. Also ich schleife quasi mein Netzwerksignal über mein Stromnetz. Das funktionierte mit beiden Resivern in der Vergangenheit auch hervorragend. Ich hoffe, dass das hier genauso ist. 4K ist ja noch kein Thema für uns, weil ich noch kein passendes Fernsehgerät habe. Aber wenn das irgendwann mal kommt, bin ich mal gespannt, ob ich über unser Stromnetz, über diese Devolo-Adapter auch die gesteigerte Datenmenge für 4K-Livestreaming überhaupt übertragen kann. Aber da dann zum entsprechenden Zeitpunkt nochmal ein Update von mir. Ja, dann Strom. Hier kommt das Steckernetzteil rein. Power an, aus, Reset und eine Wechselfestplatte. Das ist bei dem alten Resiver MR. Hier muss man es wahrscheinlich nochmal irgendwo ausschrauben. Schon vor dem Entfernen der Abdeckung. Netzteil. Ah, okay. Ne. Ja, eine Wechselfestplatte. Die kann man hier einfach rausziehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn der Resiver doch mal kaputt sein sollte und ihr das Gerät austauschen müsst. Dann sind nicht eure ganzen Aufnahmen weg, sondern dann könnt ihr die Platte einfach hier rausziehen und in den anderen Resiver wieder reinstecken. Ja, ich will jetzt nicht von Neuerheit schon so feste dran ziehen, aber das geht offensichtlich irgendwie. Ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Das ist eine 500 GB Festplatte, wie ich gelesen habe. Damit ist man in der Lage, 310 Stunden in SD aufzunehmen. Machen wir eigentlich gar nicht. Höchstens ab und an mal, weil man ja bei vielen Programmen, RTL, VOX und Co. bei einer Aufnahme nicht spulen kann, also an der Werbung auch nicht zum Beispiel überspulen kann. Auf jeden Fall nicht in der HD-Aufnahme. Das geht nur, wenn man in SD aufnimmt. Deswegen nehmen wir ab und an mal in SD auf. Aber das meiste nehmen wir in HD auf, also in der guten oder besseren Auflösung. Damit kann man hier offensichtlich dann ungefähr 120 Stunden Material speichern. Und dann gibt es noch mal in UHD, also in der neuen 4K-Variante, auf der Festplatte lassen sich 40 Stunden an Bildmaterial speichern. Das steht auf jeden Fall auf der Telekom-Webseite. Ich verlinke euch das unten auch noch mal in der Infobox. Dann könnt ihr euch die Specs auch noch mal live auf der Webseite der Deutschen Telekom anschauen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Teil hier irgendwie wieder dran bekommen. So, so, so. Ja, perfekt. Dann gucken wir uns die Fernbedienung noch mal kurz an. Aber auch das sieht mir auf den ersten Blick nicht groß anders aus, als das, was ich schon von meinem alten Receiver kenne. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube nicht, dass das hier irgendwie beleuchtet ist. Falls doch, würde ich euch das noch mal unten in der Videobeschreibung mitteilen. Weil das fand ich bei der alten Fernbedienung recht schade, dass hier nichts beleuchtet ist. Wäre irgendwie schön, wenn man eine Taste drückt, dass dann so eine leichtes Hintergrundbeleuchtung da ist, dass man die Tasten im Dunkeln besser findet. Ja, aber ansonsten sind wir eigentlich auch mit der Fernbedienung bei dem alten Receiver schon recht zufrieden gewesen. Ja, jetzt vielleicht der Grund, warum wir überhaupt auf den neuen MR401 geschwenkt sind, obwohl wir noch gar kein 4K-fähiges Fernsehgerät haben. Ich will es mal so ausdrücken. Das Bildergebnis und die Videoqualität oder prinzipiell die Qualität von all dem mit dem alten MR400 Receiver war hervorragend. Da gab es überhaupt nichts auszusetzen. Was mich aber total gestört hat, ist, das Menü ist unfassbar zäh und träge gewesen. Wenn ich irgendwie hin und her geschaltet habe, hat er sich teilweise aufgehangen. Also gefühlt mussten wir den 2, 3, 4, 5 Mal im Monat Strom raus, Strom rein und neu starten. Es ist ganz häufig passiert, dass wir irgendwie umgeschaltet haben und während dem Umschalten gab es dann plötzlich eine Fehlermeldung und dann ist der Receiver von selbst neu gestartet während dem Fernsehschauen etc. und solche Sachen. Und das war einfach total schlecht. Bedeutend schlechter auch als bei meinem alten Receiver, den wir davor hatten von der Deutschen Telekom. Jetzt kann es sein, dass ich ein Montagsgerät hatte oder ich habe keine Ahnung, ich habe mich auch, um ehrlich zu sein, nie mit dem Telekom-Service oder Support darüber unterhalten. Ich habe es einfach erst einmal hingenommen mit einer gewissen Frustration und als ich gesehen habe, der neue Receiver kam raus, war mir sofort klar, ich rufe da an und möchte das Ganze gerne austauschen. Ja, das war letztlich auch dann gar kein Problem. Der wurde, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen war der jetzt bei mir und ich habe dann die Möglichkeit, den alten Receiver entsprechend zur Telekom zurückzuschicken. Warum verspreche ich mir, dass das hier anders ist von der Performance? Ganz einfach, weil der gesteigerte Leistungsdaten hat. Der hat jetzt einen Dual-Core 1,7 GHz Prozessor drin und sollte demnach, und so wird er auch beworben, eine sehr flüssige Menüführung haben. Ich werde in einem weiteren Video mit euch auch gemeinsam noch mal über die Einrichtung sprechen und wir werden uns noch mal gemeinsam das Menü und die verschiedenen Funktionen dann anschauen. Also schaut gerne hier auf meinem Kanal noch mal vorbei für das zweite Video. Ich packe euch die Links dazu unten auch in die Videobeschreibung mit rein und da werden wir dann natürlich auch drüber sprechen, ob das Menü wirklich bedeutend schneller geworden ist oder eben nicht und all solche Sachen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, jetzt haben wir schon über 14 Minuten hier miteinander gequatscht. Ich gucke noch mal auf meinen Zettel. Wir haben über die Grundthemen gesprochen. Hardware haben wir uns angeguckt. Ja, 4K, wie gesagt, wenn ihr neben dem Live-TV in 4K habt ihr eben auch die Möglichkeit, Videoload, Netflix, YouTube und Sky euch anzuschauen. Das sind Dinge, die es in 4K dann geben wird. Klar, braucht ihr, wenn ihr Netflix 4K verwenden wollt, natürlich ein entsprechendes Netflix-Abo. Das bekommt ihr hier nicht kostenfrei mit. Das ist ganz klar. Das versteht sich von selbst. Ansonsten hat das Gerät noch eine Replay-Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Sendung verpasst habt, könnt ihr euch hier noch mal anschauen. Da habe ich mir extrem viel von versprochen bei dem alten 400er-Receiver. Das war auch einer mit der Gründe, aus dem ich überhaupt investiert habe in den 400er-Receiver und war aber maßlos von diesem Feature enttäuscht. Weil es ist nicht so, dass man irgendwie einfach sagt, okay, diese Sendung von vor 5 Stunden, die möchte ich mir jetzt noch mal neu anschauen. Sondern es ist so, der greift dann irgendwie übers Internet auf die Mediathek von diesem Sender zu. Und auf der Basis kann man die Inhalte dann entsprechend abspielen. Das unterstützen aber gar nicht alle Sender. Ich habe das als sehr hakelig empfunden. Also Fazit für uns, wir haben diese Feature überhaupt gar nicht verwendet. Fand ich sehr, sehr schade. Hoffe ich, dass das irgendwann mal anders umgesetzt wird. Ich habe dann aber gelesen, dass das auch lizenzrechtliche Themen hat. Das, ja, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, hat uns auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich denke, dass das hier nicht anders sein wird, dass das hier das gleiche Thema auch wieder ist. Aber, ja, das werden wir dann natürlich auch noch mal in dem ausführlichen Review oder in dem Einrichtungsvideo uns noch mal gemeinsam anschauen. Was aber wiederum sehr gut funktioniert bei dem alten 400er Reziver, das wird dann hier wahrscheinlich nicht anders sein, ist Timeshift. Also während dem Fernsehen schauen, einfach hingehen und Pause-Taste drücken. Und dann, keine Ahnung, was auch immer erledigen, wiederkommen und die Sendung weiterlaufen lassen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Hilft dann natürlich auch, wenn man so ein bisschen Puffer aufgebaut hat, dann hinzugehen und Werbungen zum Beispiel zu überspulen. Wobei das nicht bei allen Sendern geht. Also bei der RTL-Gruppe geht das Stand des Videos nicht. Also RTL, VOX und Co., da habt ihr keine Möglichkeit, nach vorne zu spulen. Rückwärts schon, aber nicht nach vorne. Das scheint auch lizenzrechtliche Gründe zu haben, weil RTL und Co. nicht möchte, dass man die Werbung, die ja letztlich das Geld für den Sender bringt, weiter oder überspulen kann und so weiter. Ja, ist sehr, sehr schade. Auch mein Hauptkritikpunkt, kann die Telekom sehr wahrscheinlich wenig bis nichts dran tun. Ja, ist aber leider, also ist wirklich schade, wie ich finde. Okay, dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ja, würde mich über Feedback unten in den Kommentaren sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, lasst gerne auch ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr keine weiteren Videos, im Speziellen auch zu dem neuen MR401 verpasst. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.